Kieler Woche ist in vollem Gange, aber Mittwoch, da geht es erst richtig los. Olympische Klassen starten da, auch der 49er, was ich segle. Und kann man super verfolgen, dann nämlich auf kielerwoche.tv. Einfach mal eingeben im Browser oder bei Google. Und dann wird nämlich das richtig geil übertragen, genauso wie hinter mir gerade auf der Leinwand. Und dann werde ich auch im Fernsehen sein, besonders dann am Sonntag, wenn das große Finale ist. Finalrennen wird spannend, Hammer. Und ich freue mich drauf, kommt rein, kielerwoche.tv, schaut zu und das wird geil. Vielen Dank.